ein schönen guten tag und willkommen zurück zu was klar so dann würde ich da weitermachen wo ich hier letzte mal aufgehört habe nämlich die nächste quest gehe ich an ach da bin ich ja so was würdest du sagen wenn es möglich wäre dass du am turnier teilnimmst du hörst dich an wie ein händler und zwar ein schlechter händler hör mal wenn es nach mir geht dann hast du die dicksten eier im ganzen königreich wer wenn nicht du schaffst schafft es mit irgendwelchen ritterlein fertig zu werden so ich beende gerade den plan aber ein schritt nach den anderen verschwinde jetzt der schäfer hat dich gesucht es scheint dringend zu sein lassen uns später an der brücke treffen und nimm eine fackel mit es ist heute irgendwie verdammt dunkel so ritter zu sorgen okay okay wenn ich nach oben drücke dann macht ihr diese lustigen gta 1 furze und rülps geräusche jetzt habe ich die fackel an reite zu her okay das ist da unten ja warum nicht ich habe hier ein pferd ein 08 15 pferd so ja ich pack mein pferd ordnungsgemäß ja irgendwie schon was ist da eine armbrust wir haben nichts für armbrust erhalten armbrust wurde es gibt arbeit ich möchte sagst du dich um einen weiteren ritter kümmern soweit ich weiß dass er im nahe gelingenden wald entferne ihn soll das jagtsaison auf ritter kümmere dich um deinen kram nimm das hier du wirst etwas mehr brauchen als nur deine fäuste also schießt mit armbrust drei puppen an halte rechten stick gedrückt um zu zielen bewege dich nicht um nachzuladen ok 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 glückwunsch du hast die puppen getötet nun ist der ritter meine leute haben bereits einen wagen für die leiche bereitgestellt sie stehen um weit des lagers transportiere den leichtamt zum toten gräber wenn du fertig bist ok soll den ritter töten wo genau ist sie denn ok da oben ein kriegshuf ok ich finde das gelock geräusch ist schon mal ziemlich gut gemacht ok da ist eine wache was ist das du wirst zurzeit nicht gesucht ok ah ist ein verhandlungsplakat verstehe soo ok das ist der ok das muss ja sein ok ihr da haut ab was zum was hat mein äh schildknapp verbrochen wenn dich das tröstest das sollte es eigentlich du sein ich würde den echten ritter ok jetzt muss ich noch gegen den echten ritter noch antreten soo ok schildk ist kaputt wo ok ich habe keine zeit ah verdammt erledigt das kennen wir schon alles jetzt stehen da keine pferde aber jetzt muss ich sogar laufen okay hey gib mir dein pferd okay der ist schnell das pferd ist schnell okay keiner hat mich gesehen so ich werde dich keinen schritt weiter okay das war die schildkappe okay schild ist kaputt ok nun brauche ich einen wagen für die leiche 92 gold 12 gold ein schwert okay äh da oben lad mal durch nicht auffällig werden dass der wagen für die leiche ich lade die leiche des ritters auf dem wagen und fahr ihn einfach nur zu ja der ritter ist ja schon tot na dann auf zum toten gräber so wusste überhaupt der toten gräber kann ich einfach gerade auch so durchlaufen fuck the king okay oh was haben wir da ah schild ok so weiter geht's auf zum toten gräber ok da bin ich ja komplett falsch abgebogen aber dann eben so haha nun eine erstklassige leiche immer noch so frisch immer noch so tot was machen wir vergraben oder vergessen wie immer und keine fragen klar und wenn du irgendwann wieder geld brauchst dann spring auf dem wagen auf und liefere mir ein paar neue leichen ok so ich habe auf jeden fall ein neues upgrade verfügt äh verfügbar äh fertigkeiten fünf punkte habe ich äh ok regeneration nochmal ausbauen schnell schneller nachladen wie ist es auch nicht verkehrt ich denke mal nochmal regeneration ausbauen fertig so so leiche weggebracht ok da hinten ist die quest achso da ist noch ein ach da unten ist mein speicherhaus perfekt da wollte ich auch eben hin so ich kann auch spurten das ist schon mal gut was ist denn los was ist denn los was ist denn los so so ok ah ich werde gesucht ich habe doch nur dem bauern nur geholfen so ich werde erstmal verstecken ich werde erstmal verstecken im bauern und dann hier du wirst gesucht ha 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 ok hier war mein einmal speichern und dann würde ich mal sagen ja das wasser noch fürs erstes ich hoffe es hat euch gefallen das ganze ich wünsche euch noch einen schönen tag noch bis bald und tschüss bis bald bis bald bis bald